Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Entschuldigung Call of Duty Ghosts Online Modus Team Deathmatch Die ersten 3 Parts sind schon oben Part 4 kommt gerade Also lädt hoch und dann gehen wir mal in den Kampf In dieser Karte bin ich eigentlich mal relativ gut gewesen Aber leider wurde ja die Aufnahme abgebrochen Nach 2 Minuten und Und da konnte man nichts sehen Ich habe nämlich 4 Spieler hintereinander getötet Und das konnte man leider Gottes nicht sehen Wir müssen aber etwas mehr aufpassen Weil ich nicht weiß wo hier die Spieler alle rum Oder rein oder rum Wie auch immer also wo sie überall lang gehen können Ich gehe mal hier reingucken Das kann ja immer mal sein Dass hier oben welche sind So eine Burg sieht echt gut aus Oh da war jemand was an der Wand Das war Blut Ich hoffe nur das muss sie jetzt nicht rausschneiden Hier liegt eine Leiche Okay das sieht nice aus Das ist mir gar nicht aufgefallen Egal Nein Das waren bestimmt die Feinde mit Absicht Haben sie das gemacht Um andere Leute damit abzulenken Aber komm das schaffen wir schon Ja wir verlieren ist mir egal 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 Eselit scheiße Furtse halt, dann lass mein Team in Ruhe. Nein, ich war zu spät. Ich muss jetzt gucken, ob das alles aus meinem Team ist. Über 8 zu 9 steht's schon. Kacke, Leute, wir müssen noch eintöten. Ich seh dich. Das weißt du hoffentlich. Achso, du bist tot. Hi. Okay, Team Kamerad, ich versuch auf dich. Boah, Alter, wo kommt der jetzt auf einmal so schnell her? Oh, ich hörte schon eine Schießerei. Okay, den Koffer muss ich bei mir behalten. Halt! Ich weiß, wo die sind. Ich kenn diesen Ort. Das ist da, wo ich... Wow. Scheiß Dreck. Du Hurensohn, Mann. Ich seh dich. Ich werfe da gleich eine Granate rüber. Nein, scheiße. Geil, Leute, den krallen wir uns. Aber wir dürfen nicht gewinnen. Aber ich hoffe, ihr habt diese Karte, also in meinem Part, ist die Karte hoffentlich doch nicht zu sehen. Weil, wie gesagt, der Part ist abgeschnürt und ich will keine 2 Minuten und 25 Sekunden Karl of Duty spielen. Das ist ja klar. Das geht auch eigentlich gar nicht. Das ist ja Dandy. Und man kann nicht so viel mehr nehmen. Ja, Leute, ich mach einen kleinen Cut und ich wurde schon wieder abgeballert. Okay, es ist wieder alles gut. Da ich sehe einen Böseweg, den folge ich jetzt einfach mal und balle ihn gleich die Fresse weg. Ich... Er ist hier rein. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Okay, meine Freunde. Mann, man weiß nie, wo die Gegner sind. Uh. Okay, einer muss noch ste... Hier, in der Nähe ist einer. Hm. Jetzt auf meiner Basis ist einer, da wo ich eben gerade war. Genau hier oben. Genau hier oben war eben einer. Und auf mich wird geschossen. Händen. Ich sehe dich, du Hosenmutter. Äh, du Pisser, das bist du gewesen. Leute, das war eben der, der mich abgeballert hat, da oben, wo ich, äh, ja, gefehlt habe halt. Aber hier scheinen am meisten Leute hochzukommen, also werde ich hier... Dein fucking Ernst, Altar, was pinkelst du hier denn auf den Boden? Okay. Es sind noch fünf Minuten, oder fast fünf Minuten Restzeit. Und ich muss aufpassen, dass ich gleich nicht verrecke. Da sind jetzt das Gegnerteam in Führung und wollen das... Wir haben die Führung verloren. Kacke! Wir haben die Führung gar nicht verloren, das ist unentschieden. Schon wieder unentschieden. Leute, ich komme schon. Granate... Ach ja, Granate konnte man ja auch noch werfen, aber ich habe vergessen. Okay, jetzt weiß ich mich wieder, dass man Granate werfen kann. Aber ich habe hier noch mal eine Special-Waffe. Oh Gott, die ist so schwer. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber nochmal. Könnte die eigentlich so ein Auto kaputt machen? Ach nein, lassen wir es. Passiert eh nichts. Okay, es sind schon wieder Leute getötet worden. Und ich habe eben gerade einen Feind auf der Karte entdeckt. Da hinten! In dieser Hausung! Oh, shit! Shit, 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 shit. Das kann ein... Unentschieden bestimmt werden. Hey, Kumpel! Hey, Mann, diese scheiß Sniperfotzen! Spalt jetzt so die Waffe hier einfach mit. Da kann man übrigens jetzt schon entballern. Hab einen gesehen? Ich muss den Typen da jetzt retten. Ja, genau von da kam er. Du... Ach so, da waren zwei! Okay. Oh, wie viele Leute sind hier einfach nur... Da ist ein Koffer! Ich habe ihn, 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 ich habe ihn mir geholt. Okay, ich hole mir den Koffer. Und dann gehe ich zurück zu meinem Team. Okay, ich habe ihn, ich habe einen Koffer, ich habe einen Koffer, und der Koffer hat mich. Oha, das Haus brennt. Da höre ich mich rot. Weil ja, ich gehe einfach mal in Deckung. Ich warte hier einfach, bis hier ein paar Leute kommen. Okay, mein Teamkamerad ist so bescheuert und dumm. Egal, der schießt schon irgendwo da. Oh! Okay, hier in mir scheint ein Gegner zu sein. Und ich... Jetzt mal! Ab ihn! Ich habe... Oh, der hat noch eine Töle! Oh Leute, oh Leute, oh Leute, kacke! Zum Glück ist der Hund weg. Aber 46 zu 52, oh Leute, ich glaube, wir werden verlieren. Es sind noch zwei, also fast zwei Minuten zu spielen. Und... Oh Leute, wir werden sowas von ver... Oh, Gegner-Team, 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 Gegner-Team. Gegner-Team! Ich hoffe nur, ich habe jetzt jemanden von meinem Team gerettet damit. Also 48 schon. Ey, ich bin nur zwei oder drei oder vier Mal oder wie auch immer wieder vier Mal gestorben. Und dann sagt er mir, dass wir so wenig er... Uh, ich weiß nicht, wo die alle hinballern. Oh! Okay. Oh, 50 zu 58, oh Leute, es wird sehr spannend. Ob wir es überhaupt schaffen. Ha! Ach, das war der Anführer! Oh Leute, ich habe den Anführer getötet. Ich bin eine Schande! Nein, Spaß, es war ja schließlich der Gegner-Team. Also, eine Außen-Gegner-Team. Okay. Komm, Kumpel! Und der kommt nicht. Okay, ein paar Schießereien, das haben wir schon gemacht. Wir werden aber leider Gottes doch verlieren. Ich hoffe nur, der Part hat euch gefallen. Dann werde ich gleich, genau, gleich den Part beenden. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja. Okay, noch mal kurz warten. Und tschüss. ett提 an's. Glürstück! Sch Así. Scheiße! Vielen Dank.